Willkommen zurück zu Destiny Beta Folge 3 Wir sind unterwegs zum Orbit Ja, nein Ich will nicht abbrechen, ich will zum ORBIT So Das sind Fälschungen. Irgendjemand verschwindet unsere Zeit. Wer redet denn da? Hallo? 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 So, Ziel festlegen Ähm, da waren wir auch gewesen. Da wäre jetzt Level 5 Story normal. Ja, das könnten wir mal machen Ähm 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 Ja, ich möchte alleine spielen. Tut mir leid, mach's gut Ich möchte alleine spielen. Da war jemand aus meiner Freundesliste dabei gewesen Da stand irgendwas von Upgrade grad oben. Ja, ich mach grad ein Let's Play Ich möchte alleine spielen. Ich hab jetzt kein Interesse da Ich mach das später Später, Peter Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist Später, Peter Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen In einer fernen Galaxis Da-da-da-da-da Ach, jetzt war hier in der Jones, ne? Stimmt So Die letzte Spur der Geister deutet auf die Himmelswacht hin Suchen wir dort, ob wir sie finden können Die Himmelswacht da oben Ja, die kennen wir ja schon Alt-Russland immer noch Ich bin gespannt, ob wir in der Beta auch ein paar andere Orte sehen werden Vielleicht schon Schauen wir mal So Uh, da sind schon Uh, die hab ich gar nicht gesehen Uh, jede Menge los hier Jede Menge Action Direkt hier am Anfang Erfolge 3 So Die hätten wir Also geht's für uns weiter Wir können natürlich auch Mit unserem Chopper hier rumheizen Aber ich finde So kann man so ein bisschen die Atmosphäre auch genießen Ja, man sieht jetzt auch am Unteren linken Bildschirmrand super bereit, wie langsam sich das auflädt Also das dauert schon ganz schön Ja Werden wir verfolgt Ich hab grad so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich hör Schritte Bin ich schon paranoid? Hilfe Outless Daylight hat mein Leben zerstört So, da oben müssen wir hin, das kennen wir ja So Da werden wir dagegen auf uns warten Ja Uh, die machen jetzt coole Boots Bewegen sich so im Zickzack Aber das kann ich auch Das war eine Fail-Granate Eine sogenannte Fail-Granate Stirb's jetzt Und wenn nicht, dann machen wir das so Stirb 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 So Also, geht doch Eine sogenannte Fail-Granate So, da müssen wir rein Waren wir hier nicht schonmal? Waren wir hier nicht schonmal? Ja, ne? Ich mein, war das nicht Folge 1, wo wir hier waren? Oder Folge 2? Ich weiß es gar nicht Ah, ich war doch, glaube ich, die Hexe, ne? Sollten wir uns auf jeden Fall mal... Okay. Sollten wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen mehr umsehen. In der letzten Folge haben wir gesehen, wir haben ein... Die ergeben uns wieder durch diese Scharbrotstätte. Die Vorhut sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach halten. Haben wir einen toten Geist wieder aufbelebt oder auferlebt? Äh, stimmt, hier waren wir ja, war das Tor. Wollen wir das jetzt nochmal? Ah, das sieht so fantastisch aus jetzt hier. Kannst du mal wieder erwähnen? So, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder eine Gegnermenge, die wir erledigen müssen. Äh, jetzt kommen wieder die. Es erinnert auch jetzt unheimlich so ein bisschen an... Mit dieser Lichtstimmung so ein bisschen an, äh, The Last of Us. Und man dann in einen Raum reingeht, wo man dann immer nur hört so... Ah, kommen die jetzt wieder? Oder nicht? Ah, nee, okay. Brox ist das Flut ist das da. Ah. Okay. Was haben wir hier stehen? Okay. Keine alten Opis. Keine Fotoschießen. Und machst du keine Fernglas an. Was will man hier auch mit ein Fernglas hier in dem Raum? Da muss mir mal einer erzählen, warum... Hä? Achso. Ich bin schon mal wundern, warum geht der ins Licht aus? Oh nein. So, der ist schon mal weg. Da hinten steht noch einer. Ha, ha. Da kommt einer, ne, oder? Also aus der Entfernung ist auch gut. Auf ihn schießen wieder? Da bin ich doch noch gar nicht. Super bereit. Super bereit. Super bereit. Ich bin super bereit. Super bereit. Du bist super bereit. Super bereit. Fahren Sie ein Auto, was super bereit ist. Ha. So. Wahrscheinlich wird die Hexe wiederkommen. Vermutlich mal. Oder auch nicht. Das läuft doch schon wesentlich geschmeidiger als wie beim letzten Mal hier in diesem Raum. Oh. Vektor EDI oder EID. Vektor EID haben wir gefunden. Einen neuen Anzug. Bisschen verstecken. Wir haben nicht mehr so viel Lebensenergie gehabt. Aber scheint weg zu sein. Der große, den haben wir erledigt. Sehr schön. Bisschen umsehen. Da tut zwar noch einer rum. So. Ich registriere die Geister. Sie sind zwischen ein paar Beuten gar nicht weit weg. So. Wo müssen wir, wo müssen wir lang? Ach da. Okay. Laufe ich sogar schon richtig? Bisschen. So wie er, wie er jetzt sich bewegt. Jetzt von der Körperhaltung. Jetzt von der Körpersprache. Jetzt hier. Wie man sieht. Passt es gar nicht so zu den Laufschritten, die man hört. Wenn man so drauf achtet. Hört mal hin. Er läuft glaube ich schneller, als wie er sich bewegt. Na ja gut. Ist ja egal. Oh, jetzt kommen wir da nach draußen. Uh. Himmelswacht. Ah. Oh. Geil. Ah. Also gibt es noch genug Worte, die wir noch nicht gesehen haben? Die Geister sind noch hier. Die Gefallenen haben sie. Die Geister sind noch hier. Die Gefallenen haben sie. Ja. Dann schauen wir doch mal. Wo müssen wir hin? Äh. Hol die Geister zurück. Finde alle Gefallenen. Ah, okay. Müssen wir wahrscheinlich suchen. Sieht toll aus. Ja. Da wird gerade fleißig geschossen. Warum auch immer. Ich. Spiel mal mit, Jungs. Ne? Ich spiel mal ne Runde mit. Jungs, ich spiel ne Runde mit. Ich weiß nicht warum, aber ich spiel mal ne Runde mit. Ach, die bekämpfen sich gegenseitig. Wie geil ist das denn? Warum spiel ich da eigentlich mit, wenn die sich gegenseitig bekämpfen? Hö. Ach, da unten sind wir vorhin lange laufen. Ne? Kann das sein? Mhm. So. Oh, von hinten angreifen. Haha. Bin ich hinterlistig, ne? Ja. Ganz schön hinterlistig. Oh, das Gewehr macht auch nicht mehr so viel Damage. Wenn ich das jetzt so sehe, es braucht ganz schön lange jetzt, um die Gegner zu erledigen. Was ist denn jetzt mit ihm hier? Zeig dich. So. Wird Zeit wieder für was Neues. Da finden wir ja den nächsten Mal was. Ah, da haben wir die Geister schon mal. Aber erst möchte ich. Such weiter. Nichts. Such noch einen. Ja, wir haben ganz viele... Wir haben ganz viele Gegner, die. Bleibt locker. So. Wir werden wahrscheinlich auch wieder ein Endgegner kommen. In diesem Level. Okay. Da mischen wir uns wieder in einen Kampf an. Ah, das ist geil, dass sie sich auch gegenseitig bekämpfen. Ja, da spawnen schon wieder die anderen. Dass sie sich gegenseitig bekämpfen. So, gehen wir mal hier rauf. Wo müssen wir denn... Aber wir müssen unten hin, ne? Na, war ja klar. So, den möchte ich aber noch erledigen da hinten. Der da rumlief. Na, wo ist er? Na ja, gut. Lassen wir ihn dann. Gehen wir mal hier oben rauf und gucken. Poppa. 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 So. Was haben wir hier? Da ist so eine Walze, wo Lottozahn drauf ist. Nein. So. Können wir auch hier rein? Ah, in Schwenk kommen wir auch von hier aus da durch. Äh. Na, das ist ja praktisch. Hallo? Achso, hier dürfen wir nicht lang. Okay. Äh. Hä? Ja, das ist doch... Okay. Ich frage es gar nicht, warum. Wieso, weshalb. Achso. Also, Soundkulissen mäßig und Lichtstimmung geil. Wie niemals zuvor. Wir müssen das beenden. Die Steuerung der Satellitenanlage ist im nächsten Sektor. Oh, respawn eingeschränkt. Das heißt, Bosskampf. Bosskampf. Und wir werden wahrscheinlich demnächst... Oh, die schmeißen Granaten. Uh, aufpassen. Wir werden wahrscheinlich demnächst auch aufsteigen auf Level 5. So wie es ausschaut. Nicht mehr viel. Oh, ich hab keine Muni mehr für die Wamme... W-Wamme. Ich wollte schon sagen Wamme. Für die Wamme. Genau, für die Wamme. Keine Primär Munition mehr. Toll. Natürlich jetzt dämlich. Das ist natürlich jetzt Blüt. Ich muss mal so ein bisschen unsere Dicks verbrauchen. Aber damit geht's auch ein bisschen schneller. Warte. So, bam. Aber jetzt haben wir schon Munition wieder gefunden. Ja, wir haben so viel, glaube ich, vorher schon verbraucht. Wir werden mal gucken, dass wir vielleicht mal ein bisschen sparsamer mit umgehen. Vielleicht ein bisschen Nahkampf-mäßig. Ja, das geht auch gut. Die Gegner kann man ja eigentlich so ein bisschen mit Nahkampf erledigen. Das macht ja nicht. Waa. Waa. Die können um die Ecke schießen. Erinnert mich an Wanted. So. Wo ist er? Wo ist er hin? Ich erinnere mich aber total an Wanted, wie sie so in der grünen Ecke schießen können. Hui. Das ist sie. Ich seh die Steuerungsstation gar nicht. Ist das die hier? Der Turm? Oh, die ist um die Ecke schießen. Gibt's auch gar nicht. Oh. So. Ja, 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 ja. Wow. Wow, 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 wow. Aufpassen, Reflex. Aufpassen. Aufpassen. Aufpassen, Reflex. Du stirbst gleich. Aufpassen. Puh. Das war sehr knapp. Damit hätte ich jetzt nicht geregnet, dass noch ein Dicker da oben steht. Aber naja. Weg ist er. Fällt hier richtig gut, die Wumme. Der Zerstäuber. Richtig geile Knarre. Yeah. Uah. Uah, uah. Uah. Uah, 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 uah. Uah, vielleicht sollte man nicht bei so... Wow. Bei so vielen Gegnern. Uah, nein, das ist jetzt ärgerlich. So weit gewesen. Bei so vielen Gegnern dann den Nahkampf... Ja, 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 ja. Wir müssen das beenden. Die Steuerung der Satellitenanlage ist im nächsten Sektor. Nicht bei so vielen Gegnern dann den Nahkampfangriff verwenden. So, das sieht schon besser aus. Ach, wir haben ja unseren Super bereit. Ich vergesse das immer. Ich vergesse immer unseren Super bereit. Super bereit, super bereit. Ich bin super bereit. Ihr seid super bereit. Bleib stehen! Der rennt von mir weg. Ist denn sowas möglich? Aber der war jetzt schon ein bisschen schwieriger zu erledigen. Man hat's gesehen. Die Waffe hat da fast gar keinen Schaden ausgerichtet. Das ist unheimlich gebraucht. So, ich denke mal, dass wir das jetzt packen. Jetzt wissen wir, was kommt. Wow, 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 okay. Ich sollte den Mund nicht zu voll nehmen. Wow, wie der um die Ecke schießen kann. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Das möchte ich auch können, um die Ecke schießen. Da ist wieder der Dicke da oben. Der Dicke hat jetzt eigentlich Schaden genommen von dem Super bereit. Wo ist der? Wo ist der? Nee, hat er nicht genommen. Ein Schade. hei ok, da haben wir noch so'n bisschen so'n Überblick ich find die schweben so geil wer will nochmal? wer hat noch nicht? wer will nochmal? wer hat noch nicht? oh, ich muss nachladen, vorsicht ne 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 ne, du gibst mir keine, Kumpel du gibst mir keine Keine, so. Keine, keine. Keine, keine, bist du. So. Ah, es macht eine Menge Spaß. Also ich hab da richtig Spaß hier mit dem Spiel. Muss ich mal ehrlich sagen. Und? So. Im Multiplay macht's noch mehr Spaß. Soll ich mir mal gesagt hab. So. Wann kommt denn jetzt endlich mal hier der Bosskampf? Hallo? Hexe? Oder was soll mal das kommen? Ach ja, jetzt kommt die. Die hab ich ja ganz vergessen. Ja, da braucht er nicht unsichtbar. Ich zerstolp' euch eh. Da bleibt ihr für immer unsichtbar. So. Aha. Reflux. Reflux zerstäubt alles. Hier kommt der Flexi. Hier kommt der Flexi. Und dann seid ihr alle so sexy. Ne. Nein, natürlich nicht. So. Oh, oh. So, das ging ja schnell. Damit hab ich ja erst... Das ist die Steuerung. Bring mich rein. Dann prüfe ich, ob die Codes noch funktionieren. Ja, natürlich bring ich dich rein. Ah, das wird jetzt wahrscheinlich wieder hier drauf hinauslaufen, dass wir hier kommen. Einsatzbasierte Sicherheitscodes verifiziert. Es funktioniert. Na draußen. Die Anlage. Sie öffnet sich. Sehr schön. Wow. Cool. Unglaublich. Sie wird aktiviert. Oh. Oh. Oh, oh. Warte, los, auf sie? Wie, auf sie? Entschuldigung. Auf sie mit Gebrüll. Ja, und jetzt? Na toll, jetzt kriegen wir auch noch Kundschaft. Kundschaft. Oh, da müssen wir drauf schießen. Ach, wir müssen da drauf schießen. Ach so. Das muss doch mal einer sagen. Oh, nee. Oh, nee. Wow, 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 wow. Ach du Scheiße. Hilfe. 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 Was ist... Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wow. What the fuck? Ach du Kacke. Wow Der hat mal voll daneben geschossen Der ist super bereit Das ist die Hexe Hexe Sehr schön Da ist die Hexe schon mal weg Da kommt das nächste Schiff Die Gegner Die Gegner Die Gegner Die Gegner Wow, was ist er denn? Wow Wow, ich soll vielleicht mal verschwinden Ich soll vielleicht mal verschwinden Wow Oh, hier kommt noch Leben Hello Hallo Wow Der mit seinem Riesensäbel Hilfe Irgendwie weg für Stings Na Moschus So Oooh diese epische Musik gerade Da 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 Wow Ihr merkt es, ich bin gerade ein bisschen konzentrierter, weil es doch ganz schön eine Gegnerhorde ist, die jetzt hier gerade rumfischt, die mir gerade ein bisschen die Hölle Eis macht. Puh, ja, müssen wir denn jetzt die Schiffe erledigen, äh, die Kämpfe, die fallen ins Strikeangriff, also, okay, da brauchen wir gar nicht das Schiff. Super bereit, es kommt wahrscheinlich wieder so ein dicker Gegner. Ich glaube, ich bleibe hier drin, da bin ich ein bisschen geschützter. Ich hau es mir hier nicht ab. Wo willst du hin? Wow, 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 wow. Ah, okay. Geh weg. Wow, was ist ihr denn? Wow, man, nicht getroffen. Das war ja sowas von klar. Warum sollte der Reflex auch mal seinen Super bereit treffen? Gott. Oh, das wird, glaube ich, ein epischer Kampf. Oh, der macht auch noch so'n Schutzschild. Ja, der macht Schutzschild. Da kann man noch so viel Schutzschild machen. So, das muss man dir ansehen. Das musst du dir ansehen. Da brauchen wir uns das mal ansehen. Gott sei Dank. Ja, das ist sehr, sehr schön. So, Mission abgeschlossen. Energieabzug haben wir freigeschaltet. Sehr gut. Neue Waffe, glaube ich, so wie es aussieht. Sehr gut. Cool. Mein Gott, war das ein epischer Kampf. Gibt's da gar nicht. Wahnsinn. Fliegen wir direkt wieder zum Turm. Jawohl. Unglaublich. Was ein Kampf. Wollt ihr mit dem Schutzschild? Uh, der war schon richtig schwer gewesen. Also, man sieht schon, worauf das hinausläuft. Also, man muss schon ganz schön ackern für seine Level dann. Na. Ganz schön ackern. Und das wird im späteren Verlauf dann natürlich noch, noch schwieriger werden. Und deswegen muss man sich dann auch immer wieder weiter aufrüsten und ausrüsten. Und bessere Gegenstände bekommen. Ja, das wird sehr, sehr interessant werden. Und ich freu mich schon auf die Vollversion. Ich werd die Vollversion nicht Let's Playen, weil das ist doch ganz schön, ein ganz schönes Mammutprojekt. Aber vielleicht werd ich's mal im Stream zeigen, in der Let's Play Live Show. Und dann könnt ihr euch das mal angucken. So. Was macht der Reflex jetzt? Genau. Pause. Das war eine anstrengende Folge. Und Reflex genießt jetzt wieder die Aussicht. Und ihr solltet das auch tun. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge Destiny Beta. Also, macht's gut. Ciao.